Da 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 da! Moin Bert! Andy, gut, dass du da bist. Ich brauch' dich unbedingt mal als Duettпartner! Als Duettpartner?! Ja, Mann! Ich bin jetzt extra zu Halloween-Schock-Rocker! Ich hab echt ein hartes Brett geschrieben. Also ACDC will das Ding eventuell kaufen. Singst du mit oder was? Gut, Digga, bin dabei. Du legst vor, ich steig ein. Eine Mannschaft mit sechs Zwergen aus dem tiefsten Bayernland Stiegen runter von den Bergen auf dem Weg zur Waterkant Heute in Hamburg angekommen, wollen sie gleich wieder nach Haus Denn sie wissen, unsere Frazers schießen sie aus der Halle raus Hey, sag mal, sag mal, was hat denn das mit Halloween zu tun, Mann? Ist da ein Kürbis? Ja! Sind wir verkleidet? Ja! Siehst du, und für die Panther wird's echt schrecklich heute. Also Halloween. Du musst unbedingt aufhören, mit den Freezers zu trainieren, Alter. Die Checks gegen den Kopf bekommen dir nicht. Also singst du jetzt mit? Natürlich, Mann! Eine Mannschaft mit sechs Zwergen aus dem tiefsten Bayernland Stiegen runter von den Bergen auf dem Weg zur Waterkant Heute in Hamburg angekommen, wollen sie gleich wieder nach Haus Denn sie wissen, unsere Frazers schießen sie aus der Halle raus Den Norden sind wir! Sorry, Mann, das kommt irgendwie von ganz alleine Daniele. Untertitelung des ZDF, 2020